Der Norden guten Morgen, FJG spricht. Wir, und das sind ich, grüßen alle. Österreichische Tennismannschaft verliert gegen das Französische. Es hat da wirt sich der Napoleon gefreut, manche ja mit gedrehtem E. Staatsanwaltschaft der BRD-Diktatur hat ein Mietungsverfahren gegen Gutenberg wegen Dissertation eingeleitet. Laut Diktatur sind der ORF. Schon jetzt kann vorweggenommen werden, dass das Ergebnis so aussieht. Dass die EU-Verfassung von der USA-Verfassung abgekupfert wurde. Die BRD hat sich der Urheberrechtsverletzungen schuldig gemacht, schließlich wendet sich die EU-Verfassung an. Die irische Räuberbevölkerung hat die Entrechtung der EU-Bürger ebenso beschlossen. Nach den Nordenwissenschaften ist die USA-Verfassung zudem eine besondere Verfassung. Mehr kann dazu nicht gesagt werden, um nicht Parteien wie dem Schwarzenegger Republikaner Vorteile zu verschaffen. In die EU-Vertragsverfassung wurden zudem Hürden eingebaut, die auf eine Verwerfung abzielen. Nämlich die Entrechtung der Bürger, die Ausbeutungsverpflichtung der Umwelt durch die EU. Umweltwetter, Wind aus Nord, die Temperaturen unter Tags liegen zwischen 0 und 5 Grad Celsius. Der Norden guten Morgen.